Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier Captain Donovan von der Minerva an Thanos 3. Empfange sie, die Verbindung ist jedoch schlecht. Was gibt's denn, Operator? Nur ein Informationsprotokoll, Captain. Zurzeit haben wir hier auf Thanos mit Sonnenstürmen und einigen technischen Problemen zu kämpfen. Unter anderem sind unsere Transponder und andere Kommunikationssysteme zeitweise beeinträchtigt. Daher werden sie für die kommenden 48 Stunden auf sich allein gestellt sein. Wo befinden sie sich jetzt, Donovan? Passieren Sektor 1138. Bei gegenwärtigen Kurs und Geschwindigkeit sollten wir in sechs Tagen auf Thanos 3 eintreffen. Verstanden, Minerva. 1138, sechs Tage bis Handkunft. Dann weiterhin guten Flug, Mike. Operator Ende. Verstanden, Thanos 3. Donovan Ende. Na, und was sagt nun meine bildhübsche Navigationsoffizierin zu den Ereignissen, ha? Sonnensturm. Klingt das nicht romantisch? Sie sagt, dass sie es kaum erwarten kann, ein paar schöne erholsame Tage auf Thanos 3 zu verbringen. Und zwar ohne einen Captain, sondern einfach nur mit ihrem charmanten Ehemann. Und glaub bloß nicht, dass du wieder mit deinen Jungs tagelang in den Bergen klettern gehen kannst. Denn dieses Mal gehörst du nur mir ganz alleine, mein Schatz. Was denn, was denn? Noch nicht mal einen ganz kleinen Berg? Nein, nein. Noch nicht einmal den kleinsten Hügel. Oh, hallo Dr. Connor. Hallo, Belinda. Was treibt Sie denn zu uns hier nach oben? Können Sie nicht schlafen? Nun, ich habe Sie und den Captain heute Abend beim Essen vermisst. Protein- und Vitaminpräparate. Da lässt man gern das ein oder andere Mal das Essen sausen, Doc. Sofern man bei dem Zeug überhaupt von Mahlzeit sprechen kann. Ja, ich weiß, was Sie meinen, Mike. Ich freue mich auch auf Zuhause. Und gute Hausmannskost. So wie auf ein gutes Glas Wein von den Siego-Monden. In ein paar Tagen sollten wir es ja geschafft haben. Und Zuhause sein. Was ist denn das für ein Piepen? Belinda, was ist da los? Hm. Die Sensoren zeigen ein ziemlich großes Objekt an. Ungefähr acht Kilometer von unserer Position entfernt. Aber irgendetwas stört die Sensoren. Ich kann das Objekt nicht anwandfrei identifizieren. Vielleicht ein Asteroid? Hm, nein. Das Objekt treibt nur sehr langsam. Fast so, als bliebe es wie angewurzelt stehen. Ich schalte die optische Diffus-Feldentzerrung hinzu. Dann sehen wir vielleicht etwas mehr. Es ist die Consus, ein Forschungsschiff aus der Thanos-Flotte. Aber sie scheint antriebslos zu sein. Gib der Ihnen ein Signal über Intercom, Belinda. Alle Kanäle. Keine Antwort. Nichts. Vielleicht stecken Sie in Schwierigkeiten. Hier Captain Donovan vom Thanos-Expeditionsschiff Minerva. Minerva ruft Forschungsschiff Consys. Stecken Sie in Schwierigkeiten. Antworten Sie bitte. Nichts. Absolute Funkstelle. Irgendetwas stimmt hier nicht. Okay, wir fliegen rüber zur Consys und schauen uns die Sache mal aus der Nähe an. Belinda, ruf doch bitte Bidi hier rauf. Der Junge hat zwar gerade erst eine Schicht hinter sich und ich gönne ihm seinen Schlaf, aber vielleicht brauchen wir hier oben einen Computerspezialisten. Mit lautstark grollenden Antrieben durchschneidet die Minerva die Stille des Weltalls und all zum Forschungsschiff Consys. Als die Minerva bei der Consys eintrifft, findet sie das Forschungsschiff scheinbar ledglos und havariert, lautlos vor sich hin treibend vor. Die Antriebsaggregate des riesigen Forschungsschiffs sind deaktiviert und nur wenige Positionslichter glimmen einsam auf den verschiedenen Ebenen an der Außenhülle der Consys. Wie ein dunkler Schatten liegt sie vor den Toren des Weltraums und funkelnder Sterne. Da ist sie. Die Consys. Ihre Antriebe sind wohl abgeschaltet. Ein Schiff dieser Größe sollte eigentlich hell wie ein Weihnachtsbaum leuchten. Ja, aber weder auf der Kommandobrücke noch in den Quartieren oder sonst wo dringt Licht durch die Bordfenster. Nur die Positionslichter sind eingeschaltet. Vermutlich haben sie ein Problem mit der Energieversorgung. Morgen, Captain. Ach, Bidi. Tut mir leid, dich aus dem Schlaf gerissen zu haben, aber wir haben hier ein kleines Problem. Ja, Belinda sagte irgendwas über einen Vorfall, als sie mich aus meinen Träumen riss und über Intercom wachklingelte. Ach, du Ärmster. Also, was liegt denn an? Vor uns liegt die Consys und treibt antriebslos vor sich hin. Sie reagiert auch auf keine unserer Aufrufe zur Kommunikationsaufnahme. Kannst du von hier aus versuchen, dich in das Bordsystem der Consys zu hacken, Bidi? Vielleicht erfahren wir ja dann, was da drüben los ist. Ja, sicher. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das müsste ich sogar von hier aus mit unserem Wartungskomputer schaffen. Na, wollen wir mal sehen. Worauf haben wir denn Zugriff, Bidi? Wir haben Zugang zum Kommunikationssystem, Audio und Viso und wir haben Zugriff auf ein paar kleinere Bordsysteme, mit denen wir Türen öffnen und Aufzüge steuern können. Mehr ist von hier aus im Moment allerdings nicht drin. Okay. Gib mir mal die Kameras der Kommandobrücke. Ist alles ziemlich dunkel da drüben. Die Oberbeleuchtung ist ausgeschaltet oder flackert defekt und der fahle Lichtschein, der den Raum durchdringt, der scheint von den Computerbildschirmen zu kommen, von denen auch nicht mehr alle zu funktionieren scheinen. Ja, auf der Kommandobrücke ist niemand zu sehen. Ja, merkwürdig. Bidi, gib mir jetzt mal einen Blick in die Unterkünfte. Da muss doch jemand an Bord sein. Nein, auch nichts, Käpt'n. So viel ich sehen kann, ist da niemand auf der Station. Also so langsam wird mir die Sache unheimlich. Und wie sieht's mit Audio aus? Vielleicht hören wir ja was, wenn wir schon kaum was sehen. Bidi? Was ist das? Das hört sich wie benommene Stöhnen an. Die Leute scheinen entweder außer Gefecht gesetzt, krank oder verletzt zu sein. Wir müssen da rüber, Mike. Die Leute brauchen unsere Hilfe. Ja, Doc, Sie haben recht. Belinda? Ja, Mike? Informiere bitte den Rest der Crew. Wir müssen sofort ein Rettungsteam zusammenstellen und rüber auf die Conses. Ja, Mike. Es dauert eine Weile, bis sich der Briefing-Rumfüllt. Eine Mischung aus Müdigkeit, Unruhe und Einspannung ist in den Gesichtern zu erkennen, in die Käpt'n Donovan blickt. Er weiß, dass die Entscheidung, ein Rettungsteam zu bilden, nicht von allen mit Wohlwollen aufgenommen wird. Und so lassen auch die Diskussionen nicht lange auf sich warten, nachdem der Käpt'n den Plan der Rettungsmission offen ausgesprochen hat. Leute, Leute! Ruhe jetzt! Wir wissen nicht, was mit den Leuten auf der Conses geschehen ist, aber sie brauchen unsere Hilfe. Verzeihen Sie, Käpt'n. Ja, Gruber? Wie Sie schon ganz richtig sagten, wissen wir nicht, was mit der Conses und der Crew passiert ist. Wer sagt uns, dass uns nicht das gleiche Schicksal ereilen wird, wenn wir an Bord der Conses gehen? Ach, Sie sind ein verdammter Feigling, Gruber. Sollen wir hier nur herumsitzen und vielleicht zugucken, wie die Menschen auf der Conses leiden? Natürlich nicht, Petrov. Ich gebe nur zu bedenken, dass wir uns nicht blind ins Verderben stürzen, bevor wir die Situation auf der Conses nicht etwas näher beleuchtet haben. Ich finde, Herr Gruber hat recht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte natürlich auch nicht tatendlos hier herumsitzen, aber... Niemand wird hier ins Verderben gestürzt, Annika. Natürlich gehen wir nicht darüber, ohne Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Und wie sehen diese Vorkehrungen aus? Äh, wir könnten die ferngelenkte Minendrohne einsetzen, die wir zur Höhlenforschung benutzen. Sie ist mit Infrarotkameras und einem Chromatograph ausgestattet, der unter anderem Gaslex erkennt. Richtig, Bidi. Der Einsatz der Minendrohne ist doch mein Vorschlag. Die Analyse-Sensoren in unseren Raumanzügen decken leider nur einen kleinen Bereich von wenigen Metern ab und wir nehmen Energieschockstäbe zu unserer Verteidigung mit. Die Drohne können wir mit einem großzügigen zeitlichen Vorsprung als Vorhude einsetzen. Allerdings ist die Drohne weder für medizinische Hilfe noch für Bergung konzipiert. Und die Crew der Conses braucht sehr wahrscheinlich schnelle medizinische Versorgung. Also, was machen wir, Captain? Ein so großes Schiff wie die Conses und seine Crew können wir nicht mit unserer kleinen Minerva evakuieren. Wir müssen daher versuchen, die Conses wieder flott zu bekommen und die medizinische Direktversorgung vor Ort wieder herzustellen. Dazu müssen wir zunächst an die Energieverteiler des Schiffs und dann zur Krankenstation. Und bitte wer soll da rüber gehen, Captain? Wir werden zwei Teams bilden. Petrov, Sie und ich bilden als Team 1 die Spitze und werden uns zum Energieverteiler der Conses begeben. Ja, Captain. Dr. Connor, Sie und Annika bilden das zweite Team. Sie werden sich auf unserem Weg durch das Schiff um die medizinische Erstversorgung von Verletzten kümmern. Bidi, Belinda und Sie, Gruber, bleiben an Bord der Minerva und überwachen die Operation von hier aus. Wenn die Energieversorgung auf dem Schiff wieder hergestellt ist, können wir die Krankenstation in Betrieb nehmen und uns mit Mann und Maus um die Bergung der Conses-Crew kümmern. Und wie gelangen die Teams auf die Conses? Wir erhalten schließlich keinerlei Antwort auf unsere Rufe. Ich meine, Sie können ja schlecht an die Tür klopfen. Das müssen wir auch nicht. Ich habe hier von der Minerva aus beschränkten Zugriff auf einige Bordsysteme der Conses. Leider kann ich noch nicht auf die großen Systeme zugreifen, aber ich kann euch zumindest Tür und Tor öffnen. Zudem wird Bidi, nachdem wir mit der Minerva an der Conses angedockt haben, die Minendrohne steuern und uns durch das Schiff leiten. Belinda behält die Teams über Intercom und Viso im Auge und Gruber versucht über das Kommunikationssystem weiterhin Kontakt mit jemandem von der Conses aufzunehmen. Alles klar? Alles klar! Behutsam dockt die Minerva an eine der Verladerampen der Conses an, die über eine ausgefahrene Gangway zu erreichen ist. Unter einem schweren, polternden Krachen rasten die massiven magnetischen Ankerbolzen ein, die die Minerva mit der Gangway der Conses verbinden. Dampfwolken entladen sich mit einem kräftigen Zischen entlang der Gangway und signalisieren den hergestellten Druckausgleich zwischen den beiden Schiffen. Angespannt stehen die beiden Rettungsteams vor der Sicherheitsschleuse der Minerva, bereit, die Conses zu betreten. Okay, Captain. Können Sie mich empfangen? Ich werde gleich das Shot öffnen. Wir hören dich, Bidi. Die Drohne ist bereit. Du kannst das Shot jetzt öffnen und mit der Drohne vordringen. Wir folgen der Drohne mit etwas zeitlichem Abstand. Ich öffne jetzt das Shot und fahre mit der Drohne voraus. Verstanden. Okay, das Shot ist offen. Drohne, Marsch. Raust du schon was sehen, Bidi? Es ist alles ziemlich dunkel. Über das Infrarotsystem der Drohne blicke ich in einen langen Korridor, ca. 30 Meter lang. Am Ende befindet sich eine weitere Schleuse. Deckenleuchten hängen herab und Stromkabel liegen frei. Einige Druckventile scheinen geplatzt zu sein und es ist ziemlich feucht und wahrscheinlich auch rutsig. Also Vorsicht beim Durchqueren der Gänge. Sehen oder hören Sie etwas von den anderen Stationen, Gruber? Nein, Captain. Gar nichts. Sagten Sie nicht, dass Sie ein seltsames Stöhnen hörten? Diese Geräusche kamen aus den Mannschaftsquartieren der Conses. Was immer der Crew zugestoßen sein mag, es wird Sie wohl im Schlaf in den Mannschaftsquartieren überrascht haben. Nun, Captain. Ich bin gerade über Audio und Visio in diesen Quartieren. Allerdings sehe und höre ich nichts. Möglicherweise geht es der Crew schlechter. Oder aber die Crew hat unser Ankommen bemerkt, die Quartiere verlassen und kommt uns entgegen. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder unheimlich finden soll, Doktor. Keine Angst, Annika. Wer dir etwas tun möchte, muss erst an Dimitri Pedro vorbei. Und meinen Bauch. Wenn die Gänge einmal enger werden, könnte dies in der Tat sehr schwierig werden. Oh, vielen Dank, Berlinda. Gern geschehen, du großer Bär. Konzentriert euch jetzt bitte auf eure Aufgaben. Natürlich, Captain. Bidi, wie weit bist du? Ich habe die zweite Schleuse passiert und fahre mit der Drohne durch einen weiteren, etwas kürzeren Korridor. Die Lage ist unverändert. Nichts und niemand zu sehen oder zu hören. Okay, ich denke, der Abstand zur Drohne reicht. Wir rücken jetzt nach. Schaltet eure Schulterleuchten ein und passt auf, wo ihr hintretet. Es ist so dunstig und hügel drin. So dass das Licht der Leuchten den Korridor kaum durchdringt. Die Sensoren zeigen zumindest keine gefährliche Atmosphäre an. Die Luft werde also eins atmen. Dennoch sollten wir die Schutzelme nicht abnehmen. Vollkommen richtig, Dimitri. Mir wäre auch wohler, wenn das Licht in den Gängen funktionieren würde. Anscheinend sind die meisten Lampen einfach durchgebrannt und die wenigen, die flackern, hängen halb abgerissen von der Decke. Was hier wohl geschehen ist? Ich vermute, dass es aus irgendeinem Grund einen heftigen Energieausstoß gegeben haben muss. Was das Schiff stark durchgerüttelt hat und, ja, vielleicht die Havarie der Konses erklären würde. Das hat wohl die Beleuchtung so stark überlastet, dass die Lampen aus der Verankerung aus den Decke gerissen wurden und einige Stromkabel freiliegen. Ich bin zwar keine Expertin, aber bekommen wir keinen Stromschlag, wenn wir aus Versehen an einem dieser Kabel kommen? Solange wir unsere Schutzanzüge tragen nicht. Die funktionieren wie Blitzableiter. Sei trotzdem vorsichtig. Kapitän? Ja, Bidi? Ich stehe jetzt mit der Drohne vor ein paar Aufzügen. Sie scheinen intakt zu sein. Wir haben auch einen Schiffsplan von der Konsus aufgetrieben und wissen jetzt, wo ihr hin müsst. Wo redest du es lang, Belinda? Mit dem Aufzug müsst ihr nur eine Ebene nach oben fahren und gelangt direkt zur Krankenstation. Die Energieverteiler liegen allerdings auf der untersten Ebene. Verstanden. Dann werden wir doch erst zur Krankenstation rauf und uns dort mal umsehen, okay? Anschließend geht's dann zum Energieverteiler. Gruber, haben Sie zwischenzeitlich etwas entdecken können? Nein, Käpt'n. Sei sie das Schiff betreten haben, scheint alles verstummt zu sein. Weder auf der Krankenstation noch auf sonst einer Ebene habe ich das kleinste Anzeichen von Aktivität entdecken können. Finden Sie das nicht auch ein wenig seltsam, Käpt'n? Nein. Es gibt verschiedene Theorien für diesen Umstand, Gruber. Nennen Sie mir eine. Es wäre möglich, dass sich die Crew auch nur vor uns versteckt. Vielleicht hält die Crew uns für einen feindlich gesinnten Eindringling und kommt erst aus ihrem Versteck, wenn sie wissen, dass wir keine Feinde sind. Nun ja, das wäre eine Theorie, Käpt'n. Bedroff an Gruber. Ja, Dimitri. Halten Sie die Klappe. Okay, Bidi. Fahr mit der Drohnen im Aufzug die Ebene nach oben. Wir folgen dann. Bin schon im Aufzug. Habe die Krankenstation vor mir. Auch hier das gleiche Bild. Alles ruhig, keine Auffälligkeiten. Sie können nachrücken. Okay, wir kommen nach. Wir sind da. Da vorne ist die Drohne. Da muss dann wohl auch die Krankenstation sein. Die Krankenstation. Das Terminal für die Tür ist im Betrieb. Dann mal hineinspaziert. Halten Sie mich! Helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Schnell! Auf den Untersuchungstisch mit ihm! Was ist los bei euch? Wir haben jemanden von der Consus gefunden. Helfen Sie mir! Er ist schwer verlässt! Das wird euch alle kriegen! Halten Sie ihn gut fest, der doch! So halten Sie ihn doch! Der Herr auf! Lass mich los! Wehrt sich! Wie ein Berserkalikau! Schnell! Verbrechen Sie in vier Einheiten, den zu dir zu gehen! Ja, Doktor! Weg! Wir müssen weg! Begreift doch! Es wird euch alle kriegen! Es hat uns alle bekommen! Tanaka! 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 Wir konnten nichts mehr für ihn tun, Captain. Er ist verstorben, bevor Annika ihnen überhaupt das Beruhigungsmittel verabreichen konnte. Sie haben getan, was Sie konnten, Doktor. Seht euch den armen Kerl an. Doktor Azul Nocongo steht auf seiner ID-Karte. Nein! Ich kann das nicht! Ich will hier weg! Es ist schon gut, Annika. Es ist schon gut, Annika. Sehen Sie nicht hin. Hier, setzen Sie sich auf den Stuhl und ruhen sich einen Moment lang aus. Tut mir leid. Aber sehen Sie, Doktor, die Haut von dem armen Kerl sieht aus wie geschmolzen. So wie eine verschrumpelte Kerze. Ja. Das sieht aus, als wäre er einer sehr großen Hitze ausgesetzt gewesen. Wie Sie zum Beispiel bei Plasmaverbrennung oder Säure auftreten. Nur... Ja, Dok? Nur bei diesem Ausmaß und Grad der Verbrennung, wäre es Plasma oder ähnliches gewesen, hätte er das allerdings keine Sekunde überlebt. Und was ist mit dem ganzen für ein Zeug, von dem er sprach? Es hat uns... Es wird uns alle kriegen... Und wer ist diese Tanaka? Das könnte er unter seinen starken Schmerzen im Delirium gesagt haben. Schwer zu sagen, dass irgendein Bezug zu den Geschehnissen hier auf dem Schiff hat. Einem früherem Trauma oder nur einer Fantasie aus der Kindheit entsprungen sein mag. Möglich ist alles. Dok, glauben Sie, dass allen an Bord das Gleiche passiert sein könnte wie diesem armen Kerl hier? Wie gesagt, Mike. Möglich ist alles. Es kann alle getroffen haben oder auch nur diesen einen hier, der vielleicht nur einen tragischen Unfall hatte. Für einen Einzelfall spräche zumindest. Dass wir ihn nur allein hier auf der Krankenstation gefunden haben. Und keinen weiteren Betroffenen mit den gleichen Symptomen. Sie denken daran, die Mission abzubrechen, Mike? Nein. Solange wir nicht wissen, wer hier an Bord unsere Hilfe braucht und was mit der Crew geschehen ist, setzen wir die Rettungsmission wie geplant fort. Nur wenn sich eine unkalkulierbare Gefahr für uns oder die Minerva ergeben sollte, dann werden wir abbrechen. Okay. Dann macht sich die Gruppe nun auf zum Energieverteiler? Ja. Bidi, schick die Drohne voraus zur untersten Ebene. Wir gehen jetzt zum Energieverteiler. Verstanden, Captain. Noch immer von den Eindrücken aus der Krankenstation erschüttert, macht sich die Gruppe um Captain Donovan auf zum Fahrstuhl. Indes ist man auch in der Kommandozentrale der Minerva von den jüngsten Ereignissen nicht unberührt geblieben. Dieser arme Mensch. Was für ein grausamer Tod. Ja. Ich kann mir sicherlich einen schöneren Tod vorstellen als so etwas. Ich möchte ja den Führungsstil des Käpt'ns nicht kritisieren, aber ich finde, die Mission gehört sofort abgebrochen. Also, ich weiß, als der liebe Gott Mut und Tapferkeit verteilte, haben Sie sich nicht gerade vorn angestellt, Carl. Wir können die Leute auf der Konsus doch nicht einfach so im Stich lassen. Was, wenn wir in einer solchen Situation wären? Leute, das bringt doch jetzt nichts. Wir sollten uns auf unsere Aufgabe konzentrieren und sehen, dass wir dabei alle wieder heil rauskommen. Belinda, würdest du für einen Moment die Drohne steuern? Was hast du denn vor, Bidi? Ich will versuchen, ob ich etwas in den Computerarchiven der Konsus finde. Ich würde gerne wissen, was das eigentlich für eine Art Forschungsschiff ist und was sie da eigentlich erforschen. Wollen wir mal sehen. Und? Haben Sie schon etwas entdeckt, Bidi? Ja. Offiziell handelt es sich dabei um ein terranisches Forschungsschiff, das atmosphärische Naturereignisse und Anomalien untersucht. Das hier ist allerdings seltsam. Was denn, Bidi? Ich habe hier mehrere Einträge, auf die ich nicht zugreifen kann. Top-Secret-Einstufung. Diese Einträge stammen allerdings nicht vom Terranischen Forschungsinstitut, sondern tragen eine Kodierung des Militärs. Vom Militär? Daran ist an sich nichts Ungewöhnliches. Jedes Militär ist doch in Forschungsgebieten involviert und finanziert einen nicht unerheblichen Teil der Forschungen. Puh. Also wenn das Militär seine Finger im Spiel hat, dann sollten wir sehr vorsichtig sein. Das kann schnell zu einem sehr heißen Eisen werden. Hier ist noch etwas. Von... Tanaka. Das war doch der Name, den der Arme auf der Krankenstation rief. Ja. Ich habe hier eine Audioaufzeichnung. Die Dateien sind allerdings wie die anderen auch über die Militärkodierung fragmentiert. Ich kann nur einen kleinen Teil der Aufzeichnungen abspielen. Misaki Tanaka, Tanaka. Forschungsleiterin Projekt Umbra. Versuchsreihe 3. Erste Erfolge durch Luxabsorption an Proband T26. Die Haut weist nur durch intensivierte Licht zu vorregionale Opazität auf und zeichnet eine Silhouette, die in Dunkelheit allerdings nicht zu erfassen ist. Bisher ist es nicht gelungen, die Nebenwirkungen... Hier ist noch etwas. Verstärkung des Serums durch molekulare Bestrahlung führt bei Probandenreihe 31 bis 38 zur maximalen Kräftesteigerung, jedoch auch zur Destabilisierung des Nervenzentrums. Probanden weisen verstärkt paranoide Muster, weitere molekulare Mutationen und unkontrolliert animalisches Verhalten auf, welches... Ihr hört die Übertragung auf. Es ist noch mehr da, aber der Computer muss die fragmentierten Dateien erst zusammensuchen und dekodieren. Das kann aber eine ganze Weile dauern. Was haben die da bloß in ihrer Hexenküche erschaffen? Gruber, Sie sind doch unser Wissenschaftler an Bord. Haben Sie eine Erklärung? Nun, das ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber ich habe eine ungefähre Ahnung. Also, was bauen die da? Nun, ich könnte mich irren, aber es klingt mir doch sehr nach molekulare Transparenz. Mulle, was? Unsichtbarkeit, liebe Belinda. Unsichtbarkeit. Und... erstaunlich. Anscheinend ist es dieser Tanaka gelungen, einen Organismus auf molekularer Ebene so zu modifizieren, dass dieser größtenteils lichtdurchlässig wird und daher unsichtbar scheint. Allerdings... auch mit einem offensichtlichen Nebeneffekt, dass ihre Probanden sich zu wahnsinnig gewordenen Mutanten entwickelt haben. Wollen Sie damit sagen, dass wir es da drüben mit wild gewordenen Monstern zu tun haben, die auch noch unsichtbar sind? Oder auch noch etwas viel Schlimmeres. Mike! Mike, hörst du mich? Mike! Ich höre dich. Nur die Ruhe. Was ist denn los? Wir haben einiges über die Konsus und ihre Forschungsexperimente herausgefunden. Die züchten da unsichtbare Mutanten, Mike. Unsichtbare Mutanten? Hast du was von meinem Vodka getrunken, Belinda? Nein, hör zu! Diese Tanaka ist Forschungsleiterin der Konsus und führt auf dem Schiff anscheinend Experimente für das Militär durch. Militär? Käpt'n, wie Sie vielleicht wissen, erforscht das Militär nicht erst seit gestern Tarnkappentechnologien. Anscheinend ist es denen nun durch molekulare Modifikation gelungen, einen lebenden Organismus zu tarnen, was man als Unsichtbarkeit interpretieren könnte. Sie nennen das Ganze Projekt Umbra, was so viel wie Schatten bedeutet. Ihr verscheißert mich. Nein, Käpt'n, das ist leider wahr. Was oder wen auch immer die als Versuchskaninchen benutzt haben, wird durch diese Experimente wahnsinnig und verwandelt sich in irgendetwas Gefährliches. Käpt'n, unter den gegebenen Umständen schätze ich die Risiken für die Crew als unkalkulierbar ein. Es waren Ihre Worte, unter diesen Umständen die Missionen abzubrechen, wozu ich hiermit auch dringlichst aufrufe. Thanos 3 oder das Militär soll sich mit diesem Problem auf der Konsus befassen, aber ich halte dies nicht mehr für unsere Aufgabe. Hören Sie, Gruber. Thanos 3 ist wegen eines Sonnensturms nicht zu erreichen und es bräuchte Tage, bis ein von dort geschicktes Rettungsschiff hier eintrifft. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, hier auch nur einen Menschen zurückzulassen, den wir vielleicht ohne großen Aufwand hätten retten können. Auch wenn Sie für Ihr irrenwittes Pflichtgefühl das Leben der Crew aufs Spiel setzen. Ihr Stasen wird uns doch alle umbringen, Käpt'n. Wer möchte, kann auf der Stelle umkehren. Ich werde deshalb nicht schlecht von ihm oder ihr denken. Ich werde aber hierbleiben und wie geplant weitermachen. Wie steht es mit euch? Doktor? Ich bleibe bei Ihnen, Mike. Dimitri? Dimitri Petra auf seinen Bauch, muss man nicht fragen. Wir bleiben selbstverständlich beide hier, Käpt'n. Annika? Ich. Ich bleibe auch Käpt'n. Und wie steht es mit euch da oben? Ohne mich findet ihr doch gar nichts zurück, Käpt'n. Wir sind ein Team, Mike. Gruber? Ja. Ein Team. Aber also weiter. Wir sind auch schon auf der untersten Ebene und fast bei den Energieverteilern angekommen. Da vorn, hinter der großen Sicherheitstür, die wir im Schein unserer Schulter leuchten sehen, müssten die Verteiler liegen. Ich glaube, wir sind am Ziel. Jetzt müssen wir die Dinge nur noch irgendwie einschalten und dann sollte die Consus wieder Saft haben. Was glauben Sie, Käpt'n? Ist da was dran an diesen unsichtbaren Monstern? Ich weiß es nicht, Dimitri. Im Moment mache ich mir darüber keine Gedanken. Im Moment suche ich eher nach einem unsichtbaren Schalter. Irgendwo müssen sich die Verteiler doch wieder einschalten lassen. Ist so etwas wirklich möglich, Dr. Conner? Unsichtbar? Tja, im Grunde bin ich nur ein einfacher Landarzt. Nur mit Bestrahlung ließe sich so ein Effekt vielleicht erklären. Wenn ich aber an den armen Kerl auf der Krankenstation und seine Verbindung zurückdenke... Ja, eine hohe Strahlendosis ist es möglich. Kapitän, hier an der Unterseite in Bosen sind Hebel. Ich glaube, die sind für die Energieverteilung. Sehr gut. Legen Sie den Hebel um, Dimitri. Doktor, Sie legen den Hebel bei Ihrem Verteiler um und ich hier bei meinem. Die lassen sich aber schnell umleben. Warten Sie, Doktor. Ich helfe mir! Wir haben es geschafft, Doktor. Ui, Annika. Du hast ja Bärenkräfte. Wie der gute Halt und Dimitri. Vielleicht nehme ich dich mal zum Baumsternwerfen mit. Tja, ich will dir aber auch keine Konkurrenz machen. Okay, der Kasten scheint wieder zu laufen. Ja, aber was ist das für ein seltsam rotes Licht, das nun so dämmerig fahl scheint? Das nennt man Burkini-Effekt. So können die Augen besser bei Dunkelheit sehen. Was man auch Dunkeladaption nennt, weil die Fotorezeptoren im Auge... Was war das? Ich habe keine Ahnung. Bidi, die Consus ist wieder in Betrieb. Seht ihr was auf dem Bildschirm? Captain, über die Kameras können wir dank des Rotlichtes auf den Stationen stellenweise wieder etwas sehen. Oder auch nicht, wie man es nimmt. Irgendetwas geht da vor sich. Was meint ihr damit? Könntet ihr etwas genauer sein? Wir vernehmen über die Kameras irgendwelche Aktivitäten. Direkt sehen tun wir niemanden, aber überall huschen Schatten an den Wänden vorbei. Und wir können diese Schatten hören. Ich schicke es euch rüber, hört selbst. Das klingt nicht gut. Das ist noch leicht untertrieben, Dimitri. Wir verfolgen diese Aktivitäten auf den obersten Ebenen. Und Captain, Sie bewegen sich schnell nach unten. Warten Sie. Belinda, Bidi, schauen Sie sich das an. Hier, auf dem Bildschirm der Krankenstation. Das ist doch der arme Kerl, der so grausam gestorben ist. Der ist nicht tot und er scheint sich in etwas zu verwandeln. Das sieht aus wie eine Art prähistorischer Primat mit Reißzähnen und langen Klauen. Die Haut scheint Feuer zu fangen und wird unsichtbar. Ich sehe ihn nicht mehr. Als hätte er sich aufgelöst. Da! Jetzt am Schatten der Wand sieht man das Monstrum. Er ist in einer Art Lopperstellung. Jetzt ist es aufgesprungen und aus der Krankenstation raus. Mike, ihr müsst da weg. Gruber hat da recht. Was auch immer auf der Konsus Vorsicht geht, wir können da nicht helfen. Wir haben alles mit angehört. Wir machen, dass wir wegkommen. Okay. Doktor, Dimitri, Annika, ladet eure Energiestäbe auf. Aber seid vorsichtig mit den Dingern. Die hauen selbst den stärksten Okari-Bohlen aus den Socken. Und dann zurück zum Aufzug. Vielleicht haben wir noch genug Vorsprung vor diesen Viechern. Und die Drohne? Die lassen wir zurück. Sie würde uns nur zu viel Zeit kosten. Da vorne! Das war schon der Aufzug. Vielleicht sollten wir... Annika, haben Sie sich verletzt? Ja. Es geht schon, Captain. Ich bin über etwas gestolpert. Bei diesem blöden roten Licht sieht man auch nicht viel mehr als in der Dunkelheit. Wo bleibt dir denn? Der Doktor und ich sind schon am Aufzug. Deswegen öffnet bitte der nicht die Tür von diesem Aufzug. Muss er gar nicht mehr. Wir haben doch wieder Energie auf dem Schiff. Oder haben Sie das schon vergessen, Doktor? Hier. Wir müssen nur auf diesen Knopf drücken. Das war eins von diesem Wesen im Aufzug. Auch wenn ich dich nicht sehen kann, Monster. An dem Diebettlauf kommst du nicht vorbei. Dir jage ich mit dem Energiestab 10.000 Volt durch deine Körper. Hier. Laufen Sie, Doktor. Laufen Sie. Ich kann es nicht länger aufhalten. Bring euch in Sicherheit. Nein. Petroff! Ja, ich bin... Petroff! Wir können nichts mehr für ihn tun. Ich lasse Petroff nicht im Stich. Wollen Sie auch getötet werden, Mike? Gegen dieses Monster haben wir keine Chance. Selbst die Energiestebelassenen ist völlig kalt. Schnell! Wir müssen zurück zu den Energieverteilern. Käpt'n! Bitte! Kommen Sie! Also gut. Zurück zu den Verteilern. Da wären wir also wieder. Doktor, schnell! Schließen Sie die Tür! Und jetzt? Da, die Leiter rauf. Hoch, zum oberen Geländer. Sieg zuerst Annika. Und dann Sie, Dok. Und mach die Schulterleuchten aus. Gut. Oben wären wir. Wie geht es jetzt weiter, Mike? Ich hoffe nur, dieses Ding weiß nicht, wie man Türen öffnet. So früh gefreut. Seht doch. Dieses Wesen ist nicht ganz unsichtbar. Seht ihr? Die Luft und wie sie verwirbelt wird? Ja. Als würde Hitze vom heißen Asphalt aufsteigen und die Luft zum Flimmern bringen. Wenn man genau hinschaut, sieht man darin die Umrisse und Konturen von diesem Ding. Ja. Wie bei einer Luftspiegelung. Wie kommen wir jetzt hier raus? Die Drohne. Sie ist noch hier. Sie wird uns hier rausbringen. Bidi? Hörst du mich? Ja, Captain. Wir sind noch da. Wir haben alles über die Kameras mitbekommen. Es... Es tut mir leid um Dimitri. Schatz, geht es euch gut? Es geht uns gut. Aber wir sitzen hier fest. Dieses Monster ist genau unter uns. Belinda, gibt es einen direkten Weg hier raus aus der Verteilerstation? Warte einen Moment, Mike. Ja, ihr habt bei den Energieverteilern eine Sicherheitsluke im Boden. Sie führt in einen Wartungsschacht und entlang der Treibstoffleitungen zu einem kleinen Hangar. Der Hangar ist zwar zu klein für die Minerva, aber es gibt dort Rettungskapseln. Verstanden. Bidi, du wirst das Biest jetzt mit der Drohne von hier weglocken. Ich hoffe, nur dieses Ding folgt dir. Mach mit der Drohne kurz auf dich aufmerksam und dann bring sie so weit wie möglich weg, damit wir genug Zeit haben, um durch die Sicherheitsluke zu entkommen. Okay, Captain. Ich drehe ein paar Pirouetten mit der Drohne und schwirre dann ab. Hoffentlich klappt es. Es scheint zu funktionieren. Dieses Geschöpf bewegt sich auf die Drohne zu. Es hat geklappt. Das Ding jagt der Drohne hinterher. Los, jetzt aber schnell bitte die Leiter runter und zur Sicherheitsluke. Gott sei Dank scheint das Monster nicht gerade das Schlauste zu sein. Ja. Hier ist die Luke. Ich öffne sie und dann schnell runter in den Wartungstunnel. Was war das? Captain, weit bin ich nicht gekommen. Dieses Ding hat die Drohne erwischt. Dieses Ding ist vielleicht nicht das Schlauste, aber dafür ziemlich schnell. Los, runter jetzt, durch die Luke. Beeilt euch. Kommt sie kämpfen. Sehr gut. Ich schließe die Luke wieder. So. Die Luke ist zu. Und wenn das Monster weiß, wie es auch die Luke öffnen kann? Nun ja. Jedenfalls werden wir hier nicht warten, um das herauszufinden. Wir folgen den Treibstoffleitungen und verschwinden mit einer Rettungskapsel von diesem Schiff. Was haben Sie, Doktor? Starker Schmerz. Die Muskeln brennen wie Feuer. Aber es ist schon vorbei. Nehmen Sie es mir nicht übel, Donk. Aber Sie sind auch nicht mehr ganz der Jüngste. Ja, Mike. Vor 20 Jahren hätte ich Sie auch noch beim Bergesteigen begleiten können. Aber jetzt machen sich die müden Knochen schon hin und wieder bemerkbar. Kommen Sie, Doktor. Ich stütze Sie. Danke, Annika. Es geht schon wieder. Keine Widerrede. Es ist ganz schön kalt hier unten. Selbst unter den Schutzanzügen merkt man die eisige Kälte hier unten. Ja, das liegt an diesen vielen Kühlbehältern hier im Schacht, die man unter anderem zum Kühlen der ganzen Computersysteme braucht oder falls irgendwo ein Feuer ausbricht. Die Behälter sind mit Kryogas gefüllt. Das Zeug ist so verdammt kalt, dass es im offenen Zustand alles sofort in eine Eistüte verwandeln würde. Ich muss mich mal einen Moment ausholen. Ja, Dok. Ruhnen Sie sich einen Moment aus. Ich spreche derweil mit der Minerva. Belinda? Ich weiß nicht, Mike. Ist alles okay bei euch? Ja, soweit ist alles okay. Dok Connor ist allerdings angeschlagen und sein Gesundheitszustand scheint sich zu verschlechtern. Hört zu. Dokt wird der Minerva von der Consys ab und fliegt dann längsseits in Warteposition. Wenn wir mit der Rettungskapsel draußen sind, lest ihr uns auf und nehmt uns an Bord. Verstanden, Mike. Wir docken ab. Okay. Die Minerva hat von der Consys abgedockt und liest uns auf, sobald wir mit einer Rettungskapsel draußen sind. Geht es wieder, Doc? Es geht schon. Kein Problem. Klingt so, als hätten wir aber ein anderes Problem. Eins von diesen Dingern ist hier drin. Ja, und es scheint direkt vor uns zu sein. Was machen wir jetzt? Mike, rennen Sie mit Annika zurück zu Luke und verschwinden Sie von hier. Ich halte Sie doch noch. Ich werde dieses Monster abwehren, solange ich kann. Nein. Ich werde nicht noch ein Mitglied meines Teams verlieren, Doc. Was haben Sie vor, Käpt'n? Mit dem Energiestatten kann ich vielleicht die Leitung von einem dieser Kühlbehälter kacken. Schnell, Annika. Schnappen Sie sich den Doktor und gehen beide hinter mir in Deckung. Komm mal her, du Biest. Hier bin ich. Worauf wartest du noch? So ist's gut. Ich kaffe die Leitung. Mit einem kräftigen Hieb gelingt es Käpt'n Donovan, die Leitung des Kühlbehälters zu kappen. Das Schlauchende der Leitung hält er dabei in die Richtung der Bestie. In Sekundenschnelle schießt eiskaltes Gas aus der gekappten Leitung und ergießt sich über das Monster, das eben schon zum angreifenden Sprung ansetzen wollte. Augenblicklich erstarrt das furchteinflößende Wesen mit seinen Klauen und Reißzähnen zu einer Alkohol. Eine Alkohol-Statue, das wie ein filigranes Kunstwerk aus zerbrechlichstem Glas im Licht funkelt und glitzert. Ist das Tod, Käpt'n? Ich denke schon, Annika. Kommen Sie, stürzen wir den Doktor und dann nichts wie raus hier. Runter von diesem Schiff. Nur noch durch diese Schleuse. Wir sind im Hangar. Und da vorne sind schon die Rettungskapseln. Halten Sie nur noch ein paar Augenblicke durch, Doktor. Dann sind wir schon so gut wie zu Hause. Ja, Mike. So gut wie zu Hause. Belinda, wir sind gleich mit den Rettungskapseln. Seid ihr in Position? Wir sind in Position. Wir warten nur noch auf euch. Bidi, rufe bitte das Protokoll für das Bergungsmanöver im Computer auf. Sofort, Belinda. Das wirst du schön sein lassen, Bidi. Was hat das zu bedeuten, Gruber? Und was wollen Sie mit dem Energiestab? Ist das so schwer zu durchschauen, Belinda? Ich übernehme die Kontrolle über die Minerva und mache, dass ich von ihr wegkomme. Ich war von Anfang an gegen diese Rettungsmission und habe davor gewarnt, dass wir uns unnötig Gefahren und Risiken aussetzen und man hat mich nur ignoriert. Jetzt ist auch der Doktor krank und bringt vielleicht auch irgendein Virus von drüben mit. Wer weiß denn schon, was die da drüben noch alles erforscht haben. Wollen Sie den Käpt'n und die anderen da draußen einfach sterben lassen? Nicht doch, mein junger Freund. Nicht nur den Käpt'n und die anderen. Auch ihr beide werdet die Reise nicht mehr fortsetzen. Oder glaubt ihr, ich habe den Energiestab nur so zum Spaß in der Hand? Gruber, ich dachte schon immer, dass Sie der größte Feigling unter der tyrannischen Sonne sind. Aber ich habe mich geirrt. Sie sind der größte Feigling der Galaxis. Sag sein, schöne Belinda. Dafür aber werde ich leben und mit Ihnen ist es jetzt aus. Es geht auch ganz schnell. Was ist passiert? Ist Gruber tot? Ja. Der sonst so neunmal kluge Herr hat den Energiestab ohne Schutzhandschuhe aktiviert. Genauso gut hätte er seine Hand auch gleich in einen Plasmakonverter stecken können. Da! Die Rettungskapseln sind draußen. In der Aufregung haben wir gar nicht mitbekommen, dass der Käpt'n mit dem Doktor und Annika schon losgedüst sind. Okay, initiiere das Bergungsprotokoll. Holen wir sie an Bord. Behutsam schwebt die Minerva über die Rettungskapsel und holt sie mit ihren Insassen an Bord. Erschöpft, aber ebenso erleichtert schlüpfen Käpt'n Donovan, Dr. Connor und Annika Bergström aus der Rettungskapsel und ihren Raumanzügen. Hinter der Kontaminationsschleuse werden die Geretteten schon von Belinda Donovan und Bidi erwartet. Wieder an Bord. Schatz! Willkommen zu Hause, Käpt'n. Oh mein Gott, Doktor. Sie sehen ja gar nicht gut aus. Danke für das Kompliment, Belinda. Annika, würden Sie den Doktor bitte auf die Krankenstation bringen und sich dort um ihn kümmern? Aber natürlich, Käpt'n. Kommen Sie, Doktor? Danke, Annika. Und Gruber? Tod. Er wollte uns umbringen, mit dem Schiff abhauen und euch da draußen verrotten lassen. Als er uns mit einem Energiestab angreifen wollte, hat es ihn aber förmlich gegrillt. Wie geht es jetzt weiter? Nun, sobald wir wieder Kontakt zu Thanos 3 haben, informieren wir die Behörden. Ich fürchte nur, man wird uns kein Wort unserer Geschichte glauben. Unsichtbare Monster. Doch, man wird uns glauben. Wir haben die Aufzeichnungen von dieser Tanaka. Was ist denn das nun schon wieder? Das ist nur der Computer. Er hat die restlichen Dateien der Tanaka-Aufzeichnungen entschlüsselt. Dann spiele sie ab. Sofort, Käpt'n. Dr. Misaki Tanaka, das Tarnkappen-Projekt durch die Kreuz-Gamma-Bestrahlung ist gescheitert. Es ist uns nicht gelungen, die Mutation einzudämmen, die die Kobanden in animalische Kreaturen verwandelt. Die Kreaturen sind mittlerweile aus den Sicherheitszellen der untersten Ebene ausgebrochen. Und ich bin mit meinen Wissenschaftlern hier auf der obersten Ebene in der Forschungsabteilung gefangen. Durch Freisetzung einer hochinvasiven Kreuz-Gamma-Strahlung auf dem gesamten Schiff bestand unsere Hoffnung darin, die Kreaturen vollständig eliminieren zu können. Auch wenn die restliche Kohle damit verstrahlt wird. Leider hatte dies zum Effekt, dass ein Umwandlungsprozess nur beschleunigt wird. Und wie wir jetzt wissen, es nicht das Serum ist, sondern die Bestrahlung, die zur Mutation führt. Unweigerlich, jede Person wird infiziert, die an Bord der Konsus kontaminiert wird. Es ist uns zwar gelungen, die Energiesysteme des Schiffs durch Überlastung zum Ausfall zu bringen, aber sollten sie das Schiff in einer roten Beleuchtung vorfinden, ist die Bestrahlung wieder aktiv. Und sie werden unverzüglich kontaminiert. Es gibt keine andere Möglichkeit, als das Schiff und damit auch die Forschungsergebnisse zu zerstören, General. Das... das war die letzte Aufzeichnung. Mike, was hat das zu bedeuten? Das rote Licht ist... Was soll das etwa heißen, dass... dass du... der Doktor und Annika sich in diese Monster verwandeln? Ich weiß es nicht, Belinda. Aber sie haben doch alle die Raumanzüge getragen. Und die Drohne hat auch nichts an Bord der Konsus festgestellt. Man kann auch nur das analysieren, was man kennt. Am besten wird es sein, wenn wir den Doktor in der Krankenstation aufsuchen. Vielleicht hat er eine Idee. Ja, wenn, dann der Doktor. Schnell, gehen wir. Nein! Annika und der Doktor... Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020